Bist du wirklich Tordys Bruder? Das wurde ich die letzte Zeit so oft gefragt und weil es mich langsam nervt, beantworte ich das jetzt ein für alle Mal. Ja, ich bin sein Bruder. Die halbe Welt verwechselt mich mit ihm und ich sag euch wieso. Zum einen war das hier früher sein Kanal, den er mir geschenkt hat, weil er keine Reaktionen mehr hochladen wollte. Und du hörst dich doch genau so an wie Tordy. Das macht die Situation auch viel schlimmer, weil ich sein Zwillingsbruder bin. Zum Glück seh ich aber nicht so aus wie er. Aber mein Gesicht zeig ich auch erst ab 100.000. Also merkt euch, ich bin nicht Tordy, sondern Shoddy.